Hallo, liebe Duftbegeisterte! Heute heiße ich euch herzlich willkommen zu einem Video der etwas anderen Art, nämlich zu einem Video, wo ich nicht in erster Linie über Düfte, über Spezielle spreche, sondern über Bücher. Ein Video über Bücher, was für ein Schwachsinn, möge manch einer denken. Und die Idee dahinter ist folgende. Ich habe in einem meiner letzten Videos erzählt, dass ich, so alt wie ich nun mal bin, mir vieles meines Fachwissens und meiner Kenntnis über Düfte aus Büchern aneignen musste, weil es schlichtweg keine YouTube-Videos gab. Und dann kamen so lustig gemeinte Kommentare im Sinne von, ja, hey Alter, kann ich dazu, dass du so alt bist? Wenn es damals schon YouTube gegeben hätte, hättest du dein Wissen wahrscheinlich auch von YouTube. Und da muss ich sagen, vermutlich nicht. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einem YouTube-Video und einem Buch? Ein YouTube-Video, das kann ich in der Regel kostenfrei konsumieren. Wenn mir was nicht gefällt, zweif ich weiter. Ich bin nicht gezwungen, mich größer damit auseinanderzusetzen. Ich kann alles in mich aufsaugen und kann vom Wissen anderer profitieren. Ja, und ein YouTube-Video kostet mich kein Geld. Im Gegensatz zu einem Buch. Wenn ich ein Buch mir zulegen möchte, vor allem wenn es ein Fachbuch ist, was in geringer Auflage und mit sehr viel Rechercheaufwand und Arbeit dahinter verbunden ist, dann sind die teilweise richtig teuer. Und woran liegt das? Zum einen liegt das daran, dass ein Mensch sehr viel seiner Lebenszeit und seiner Erfahrungen damit verbringt, ein Buch zu schreiben, zu entwerfen und letztendlich auch quasi in eine druckfähige Form zu bringen. Ich habe Lektorate dahinter, die gucken, dass keine Rechtschreibfehler drin sind. Ich habe auch Lektorate, die hinterher gucken, ob das fachlich korrekt ist, was in einem Buch steht, ob vielleicht irgendwelche Werbeaussagen drin sind, die in einem Buch nichts verloren haben. Und all das ist eine Hintergrundleistung, die ich letztendlich bezahlen muss und möchte, wenn ich mir ein Buch zulege. Und dafür habe ich aber den Vorteil, im Gegensatz zu einem YouTube-Video, dass ein Buch in der Regel fundiert und werbefrei ist. Und auch wenn es bei den YouTube-Videos vieler Influencer und Content Creator eigentlich nach aktueller Rechtsprechung vorgegeben ist, dass sie reinschreiben müssen, dass es Werbung ist, was sie da verbreiten, so ist das bei manchen dieser Hinweis sehr schwierig oder kaum zu finden. Bei mir weiß jeder, es geht um Werbung, weil letztendlich mache ich meine Videos hier aus meinem Geschäft und natürlich freue ich mich, wenn jemand durch meine Videos auf mein Geschäft, auf meine Arbeit und letztendlich auch auf die Produkte, die ich hier anbiete, aufmerksam wird. Zurück zu den Büchern, zum eigentlichen Thema unseres heutigen Videos und ich möchte euch zunächst ein Buch vorstellen, mit dem alles bei mir wirklich sprichwörtlich begann und das es heute leider nicht mehr gibt. Und zwar ist das der H&R Duftatlas. H&R ist die Abkürzung der Firma Hamann & Reimer. Das ist quasi das Vorläuferunternehmen der heutigen Firma Simrise, eines großen Duftstoff- und Aromenherstellers, der in Deutschland ansässig ist und einer, ja, der großen Player in der Duftstoffbranche. Und was man hier gemacht hat in diesem Buch ist, und das habe ich mir damals tatsächlich so in meinen frühen 20er Jahren, also als ich Anfang 20 war, zugelegt. Man hat quasi die Düfte nach unterschiedlichen Duftfamilien, die hier farblich gekennzeichnet sind, aufgeteilt. Man hat so ein bisschen was über Kopfherz-Basisnote, seht ihr vielleicht hier. Bei diesem Schätzchen Ball-Avassai, den ich tatsächlich auch heute noch im Sortiment habe. Also sehr viele Bilder der Flakons, auch hier Silences oder Silons von Jacomo gibt es auch heute noch. Und was die gemacht haben, und das fand ich damals halt hochspannend, die haben die Düfte in unterschiedliche Duftfamilien eingeteilt und haben, hier sieht man das auch so ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen lesen oder zumindest mal einen kurzen Eindruck kriegen. Es gibt so immer mal ein paar großgeschriebene und dicke Druckte, wie zum Beispiel Charlie von Revlon oder Le Duton, was einfach zur damaligen Zeit revolutionäre Düfte waren, die neue Duftfamilien begründet haben, die neue Rohstoffe erstmalig eingesetzt haben. Dieses Buch, wie gesagt, gibt es leider nur noch antiquarisch. Die Firma Sinrise hatte 2015 daran gearbeitet, das Ganze digital rauszugeben und eine App zu launchen für das Smartphone, wo man diese Informationen auch einsehen kann. Diese App gibt es leider auch nicht mehr und ich fürchte einfach, weil man damit auch kein Geld verdienen kann, weil das letztendlich Werke für Liebhaber sind, dass das deshalb leider eingestellt wurde. Wer dieses Prinzip der Duftfamilien vervollkommnet hat und wer auch eine wichtige Basis in meiner täglichen Arbeit hier repräsentiert, ist der Engländer, der in Südafrika geborene Engländer Michael Edwards, der mittlerweile in Australien, Frankreich und überall weltweit unterwegs ist und arbeitet und der hat ein Werk rausgebracht, das mittlerweile in der, ich glaube, das war die 33. Edition, mittlerweile gibt es schon wieder eine neue. Das Buch heißt Fragrances of the World und Michael Edwards hat lange in der Parfumindustrie gearbeitet. Er war auch damals einer, der für den internationalen Vertrieb der Marke Holsten verantwortlich, mitverantwortlich war und der hat sich irgendwann gedacht, es kommen jedes Jahr so viel neue Düfte raus. Es ist für die Mitarbeiter in Parfümerien auch unglaublich schwierig, gezielt die Kunden zu empfehlen. Und deshalb hat er angefangen, eben auch eine Kategorisierung von Düften vorzunehmen, die letztendlich jetzt in dieser aktuellsten Auflage, ich gucke gerade mal, dass ich euch das zeigen kann, in diesem sogenannten Fragrance Wheel fußt, wo er 14 Duftfamilien unterscheidet. Und Duftfamilien begründen sich natürlich in ihren Gemeinsamkeiten der Inhaltsstoffe. Das ist an sich ein, um es mal schön zu sagen, furztrockenes Buch, weil es tatsächlich nur Tabellen beinhaltet von Düften, die zu bestimmten Duftfamilien und Unterkategorien gehören. Und er unterteilt die Duftfamilien auch nochmal in vier Ausdrucksstärken. Genau, also Michael Edwards ist im Prinzip, kann man heute sagen, auch in der Duftindustrie der Standard, die Referenz, wenn es um Kategorisierung von Düften geht. Und das ist auch der Grund oder eines der Grundlagen dafür, wie ich meine Düfte in meinem Geschäft präsentiere. Denn wer schon mal bei mir war, dem wird aufgefallen sein, dass ich eben nicht Marke A, Marke B, Marke C nebeneinander in einem Regal stehen habe, wie in der typischen Parfümerie, weil es meines Empfindens in diesem Segment überhaupt keinen Sinn macht. Die meisten der Kunden, die in mein Geschäft kommen, kennen einen Großteil der Marken, die ich führe, überhaupt nicht. Haben vom einen oder anderen vielleicht mal was gehört. Und stellt euch bitte vor, eine Marke versucht natürlich eine relativ breite Zielgruppe abzudecken. Die versucht natürlich, ich sage mal, mehr oder weniger, auch im Nischensegment, doch für jeden irgendwie ein bisschen was anzubieten. Deshalb macht es meines Erachtens, gerade auch wenn ich Kunden persönlich berate, keinen Sinn, Marke A, Marke B, Marke C nebeneinander zu stellen, weil ich dann quasi nur von dem Regal zu dem Regal zu dem Regal springe, immer dran denke, ach ja, was könnte ich denn in die Richtung noch zeigen, wo wir uns gerade aufhalten. Deshalb sind die Düfte bei mir eben in bestimmten oder in verschiedenen Duftfamilien kategorisiert. Also ihr seht zum Beispiel hier oben haben wir die aquatischen Düfte, hier haben wir grüne Düfte, fruchtige Düfte, das sind nämlich vergleichsweise kleine Duftfamilien. Hier hinten im Regal haben wir die Zitrusdüfte, daneben einen kleinen Ausschnitt Fouchere, ne Fouchere sind hier, Schüpre, alles gerade spiegelverkehrt bei mir. Also hier ist nach Familien sortiert, weil ich einfach so in der Beratung viel, viel schneller und viel gezielter zum Punkt komme. Weitere Buchempfehlungen, ich möchte dazu auch sagen, ich habe, also ich stehe mit keinem der Verlage oder Autoren irgendwie in persönlichen Kontakt, ich kriege auch keine Zuwendungen, dass ich die Bücher hier präsentiere. Das sind quasi alles Bücher, die ich mir persönlich selbst angeschafft habe und von daher in dem Fall zwar wohl Werbung für das Buch, aber keine bezahlte oder unterstützte Werbung, sondern einfach nur meine Empfehlung für alle, die tiefer in die Welt einsteigen möchten. Jetzt kommen wir zu einem Buch, das über eine Person handelt, die in der Parfumbranche oder Duftwelt auch eine große Rolle spielt. Das Buch ist von amerikanischen Autor Chandler Burr und heißt The Emperor of Scent. In diesem Buch, ihr seht, das, ich glaube, es gibt mittlerweile auch übersetzt, aber bei englischsprachiger Literatur bevorzuge ich immer das Original, weil doch manchmal bei der Übersetzung, gerade wenn das Leute übersetzen, die nicht aus der Branche kommen, so die ein oder andere Feinheit verloren geht. Und Chandler Burr ist ein amerikanischer Schriftsteller, der sich viel mit der Welt der Düfte auseinandersetzt. Und in diesem Buch speziell geht es um Luca Thorin, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen möchte. Luca Thorin ist ein Italiener, der in Beirut geboren ist, auch lange in Amerika und überall auf der Welt unterwegs war. Er ist Wissenschaftler und ja, Parfumkritiker, könnte man sagen. Und Hintergrundinfo, der Geruchssinn, die Art und Weise, wie unser Geruchssinn funktioniert, ist der einzige unserer Sinne, bei dem bis heute nicht 100% wissenschaftlich geklärt ist, wie er funktioniert. Es gibt eine sehr populäre Theorie, die eben dieses Schlüsselschloss- oder Rezeptorprinzip vermutet, was wir in sehr vielen Körperfunktionen wiederfinden. Also so funktionieren auch zum Beispiel die meisten Hormone oder andere Neurotransmitter, Botenstoffe und, und, und. Und die beliebteste Theorie sagt eben, die Duftmoleküle sind wie kleine Schlüssel, die an kleine Rezeptoren, also Schlüssellöcher, in unserer Riechschleimhaut andocken und dann eben einen Reiz auslösen, der diesen Geruch für uns erkennbar macht. Gegen diese Theorie gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, zum Beispiel die Art und Weise, wie viele unterschiedliche Gerüche wir wahrnehmen können. Nämlich viel, viel mehr, als wir eigentlich verschiedene Rezeptoren in unserer Riechschleimhaut haben können. Also das ist so eines der Sachen, die ungeklärt sind. Und Luca Thurin, der eben in diesem Buch beschrieben und ein bisschen begleitet wird, verfolgt eine Theorie, die von einem englischsprachigen Wissenschaftler namens Dyson, der hat auch nichts mit den Staubsauger- und Haarpflegeprodukten zu tun, die es heutzutage unter dem Namen gibt. Das war ebenfalls ein Wissenschaftler, der sagt, unser Geruchssinn funktioniert wie ein, ja, ein Spektroskop. Es wird quasi nicht die Form des Moleküls festgestellt, sondern quasi die Energie, die in den Schwingungen der einzelnen Atome zu finden sind. Hoch, hoch spannend, auch für diese Theorie gibt es Fürs und Wider und letztendlich wissen wir bis heute nicht, wie es funktioniert. Einmal kurz noch zu Chandler Byrne. Neben diesem Buch, The Emperor of Scent, hat er ein weiteres Buch veröffentlicht, nämlich The Perfect Scent, wo er Jean-Claude Elena, einen sehr bekannten Parfümeur, begleitet, wie er den Duft Un Jardin sur le Nil von Hermès, einem sehr bekannten und populären Duft, ja, bei der Kreation begleitet hat in New York und Paris. Jean-Claude Elena ist zum Beispiel auch die Nase hinter einem Klassiker, den ihr noch bei mir findet, zum Beispiel First von Van Cleef & Apels. Und mit Chandler Byrne zusammen ist ebenfalls ein Duft entstanden, nämlich aus dem französischen Dufthaus Etat Libre d'Orange. Der Duft You are someone like you ist benannt nach einem Roman von Chandler Byrne und in Zusammenarbeit mit ihm entstanden. Weiter zu Luca Thurin. Ich habe euch gesagt, er ist nicht nur Wissenschaftler, er ist auch Parfümkritiker und er nimmt, ja, gerne Düfte auseinander, oder in einem Sinne, dass er sich kritisch damit auseinandersetzt. Und man muss sich das vorstellen wie ein Prüfer vielleicht für ein Gerd Michelin oder wie diese ganzen Feinschmecker, Führer heißen. Das heißt, es ist immer, Kritik ist immer ein subjektives Empfinden. Auch jedes YouTube-Video, jede Bewertung eines Duftes ist immer subjektiv. Vergesst das bitte nicht. Und natürlich, wenn ein Kritiker über einen Duft etwas schreibt oder über ein Restaurant etwas schreibt, dann ist das zum einen Mal natürlich eine Möglichkeit, die handwerkliche Tätigkeit zu beurteilen. Das kann man mehr oder weniger auch objektiv. Aber es ist natürlich auch eine persönliche Vorliebe. Und Luca Thurin hat zusammen mit seiner Frau Tanja Sanchez auch mehrere Bücher herausgebracht, wo er sich eben mit bevorzugten Nischen, aber auch Designermarken auseinandersetzt und einfach mal seinen Senf zu den Düften abgibt. Hier sind verschiedene Düfte eben in diesen Büchern aufgesplittet, mal kürzer, mal intensiver besprochen. Und er gibt dann eben auch ein Fünf-Sterne-System von 1 bis 5 Sternen. Und er bewertet halt so ein bisschen die Innovation. Ist da jetzt was wirklich Neues, Schönes? Sind die Akkorde aufeinander abgestimmt? Macht es eine schöne Evolution? Und, wie gesagt, auch das wie jedes YouTube-Video mit Vorsicht zu genießen. Aber mal ganz spannend, einen Einblick von jemandem zu kriegen, der halt quasi sein Leben lang nichts anderes macht, als sich mit Düften zu beschäftigen. Und da kann ich mir so ein kleines Grinsen nicht vergneifen, wenn man sich zum Beispiel mal seine Rezensionen fasst, à la Roger Duff-Düfte, die ja sehr gehypt und hochgelobt und in einer gewissen Community der goldene Kral sind, kommen nicht so gut weg bei ihm. Also, das ist eines der Werke von Luca Thorin. Wer sich so ein bisschen mit Duftstoffchemie auseinandersetzen möchte, wer wissen möchte, was für Moleküle oder was für Duftstoffe sind das eigentlich, die zum Beispiel den Duft von grünem Gras ausmachen oder das Aroma von Himbeeren, da war das für mich die absolute Offenbarung. Das Buch Riechstoffe zwischen Gestank und Duft von Wolfgang Legrum aus dem Springer Spektrum Verlag. Da geht es wirklich chemisch zur Sache, also auch wie in bestimmten Reaktionen Duftstoffe entstehen, wo zum Beispiel der Geruch von feuchter Erde, Petricor genannt oder Geosmin, ist der Fachausdruck für diesen Aromastoff. Also sehr, sehr spannend, wer mal so ein bisschen hinter Duftstoffchemie schauen möchte. Wem nur Chemie zu wenig ist, wer auch so ein bisschen Interesse hat an Psychologie, was machen Düfte mit uns, was ist in so einem Parfum. Also schön zusammengefasst, alles kurz prägnant, nicht übertrieben, das Buch Schöner Riechen von Joachim Menzing, der sich auch schon viele Jahre oder Jahrzehnte mit Düften und Duftpsychologie insbesondere, also der Wirkung von Düften auseinandersetzt, ebenfalls im Springer Verlag erschienen. Und dann gibt es natürlich auch immer Leute, die ein bestimmtes Fable für eine bestimmte Ära von Düften haben, sowie die Amerikanerin Barbara Herman, die das Buch Send and Subversion veröffentlicht hat. Ein schönes Buch, um in alten Erinnerungen zu schwelgen. Sie hat dann auch immer mal so alte Werbeplakate und so weiter, wirklich von Düften der teilweise 1960er, 1970er Jahre, die sie bespricht. Also auch sehr bekannte Visa, zum Beispiel von Rupert Piguet, auch einer, der in heute mittlerweile etwas abgewandelter Form noch zu haben ist. Barbara Herman hat auch ihre eigene Duftmarke gegründet, die, mal überlegen, vielleicht auch irgendwann mal in meinem Geschäft präsent sein wird. Genau. Und zu guter Letzt eine Empfehlung, da habe ich das Buch tatsächlich noch nicht da. Ich habe es mal versucht zu bekommen, ist ein bisschen schwierig, weil es in den USA erschienen ist. Wer auch so ein bisschen mal hinter diese ganze Marketingmaschinerie schauen möchte, die in der Duftbranche teilweise propagiert wird, dem empfehle ich ein Buch des amerikanischen Autors Gabe Oppenheim. Das Buch heißt The Ghost Perfumer und da deckt er die ganze Lügengeschichte, die ganze, ja, Marketingmaschinerie hinter der auch bekannten und gehypten Marke Creed auf, wo er quasi ganz klar belegen kann, dass der Herr Creed, der da angeblich Parfümeur in achter Generation ist, noch nie wirklich selber in Duft gemacht hat, sondern dass das immer andere Parfümeure für ihn machen, die aber eine Stillschweigerklärung unterzeichnen müssen und dass diese ganzen Meers, an welchen Höfen und überall Creed-Düfte schon vor Jahrhunderten getragen wurden, alles erstunken und erlogen ist. Genau. Also so viel dazu. Und um das ganze Resümee so ein bisschen abzuschließen für euch einfach. Ich habe in den 1990er Jahren mein Pharmaziestudium abgeschlossen und es gibt eine Erkenntnis, für die ich bis heute meinen Dozenten sehr dankbar sind. Die haben nämlich gesagt, selbst wenn ihr in einem Fachbuch etwas lest, hinterfragt alles. Nehmt nie alles, was man euch präsentiert für bare Münze. Schaltet euer Gehirn ein. Holt euch unterschiedliche Quellen. Und so kann ich euch eben in diesem Sinne und als Abschluss meines Videos einmal danke für die Aufmerksamkeit, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und zum anderen nicht immer alles unreflektiert aufnehmen, was andere euch sagen. Ich weiß, es ist immer schick, irgendwie zu einer Community dazugehören. Macht euch euer eigenes Bild. Fangt wieder mehr an, selbst zu denken. Mehr selbst auszuprobieren. Euch auf eure eigene Nase, auf eure eigene Intuition, auf euer sogenanntes Bauchgefühl zu hören. Denn damit liegt ihr bei Duft fast immer richtig.